Hallo, heute habe ich eine kleine Tagesaufgabe für dich. Und zwar nimm dir mal einen Block und ein Papier und schreib dir mal alles auf, was dir so wirklich Spaß macht in deinem Leben. Auch wenn es wirklich nur Kleinigkeiten sind. Denn viel zu viele Menschen vergessen einfach, dass sie eigentlich viele Dinge haben, die ihnen Spaß machen. Und sie haben ihren Fokus ständig auf dem Negativen. Sie sehen nur noch, was ihnen nicht Spaß macht, was ihnen nicht gut tut. Und du kannst es jetzt verändern. Nimm dir heute mal wirklich 20, 30 Minuten Zeit und achte dich mal bewusst, was ist alles gut in deinem Leben und vor allem, was macht dir so richtig Spaß in deinem Leben. Viel Spaß bei der Aufgabe und ich bin mega gespannt auf deine Kommentare. Und wenn du meine Seite noch nicht geliked hast, gib mir noch ein Like oder ein Gefällt mir. Enjoy this life! und wie viel mehr da��ens daystuhl. Und wenn du deinen Kopf bist, Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020